Mein Name ist Tom. Willkommen zu Christians neuem Video. Viel Spaß bei dem Video. Ja, ich bin jetzt mit der MTA nach Mong Kok gefahren, wo ich mich jetzt mit Tom treffe. Das war übrigens der Typ, den ihr gerade im Intro gesehen habt. Und mit dem treffe ich mich hier. Und dann wollen wir mal auf ein paar Häuser gehen. Bin ja schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber mal schauen, wie es wird. So, wir sind jetzt an dem ersten Haus angekommen, wo wir hoch können. Versuchen wir uns mal unser Glück. Und dann will ich mich hier. Und dann wollen wir uns mal so. So, wir sind die Ahnung, wie wahrscheinlich immer so. Bis zum nächsten Mal. So, there's two issues when it comes to the buildings. First one, when you enter the building, it has to be a busy building, so that a lot of people come in and out of, so you can just quickly get into the lift and there's no problem. Then the second issue is, is the top. Is there going to be a door closed where it's alarmed, or is there going to be security guards? If there's neither of that, it should be good. Let's just keep it in mind and go for it. Yes. So, this is the last door. Game over. Shit. Good. Ah, simple. Fuck. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao.